Okay Sunny, here we go, das ist dein Wunsch. Wenn dir der Konne gefällt, hau mal auf YouTube, oder? Wenn es auf YouTube geht, geht es auf jeden Fall auf YouTube safe. Wenn dir der Konne gefällt, hast du mir gerne ein Abo, hast du mir gerne einmal die Glocke schaltet, damit du kein Video mehr verpasst. Freunde, wir steigen ein Halo-Scene und Melissifant, nein, Melissifant, gar nicht da in den Kinofilmen, hier von Dings da, Malficent, Malficent, wie spricht man das aus? Malficent, dachte ich, Malficent, oder? Wird es nicht Malficent ausgesprochen? I don't know, auf jeden Fall, vielen lieben Dank Sunny, here we go, wir hatten was zu lachen gerade eben, ei, 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 auf jeden Fall ein cooler Song, let's go, ich weiß es nicht, es ist ein cooler Song, es ist ein Song, der mir gefallen wird, werden wir sehen. Ich dachte es wird Malficent, ich komme nicht drüber weg, Malficent, 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 glaube ich, oder? Malficent, Halo-Scene und Malficent, here we go. Das Adrenalin hittet schon, wenn du es richtig aussprichst. Das ist lustig, ihr zeigt mir mittlerweile, ihr zeigt mir mittlerweile Bansy, selbst ich schneide keiner. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, der 14-jährige Andi freut sich komplett so in mir gerade. Ohne Witz, also Kenny Bennett, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist crazy, es hat mich so äh, 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 im ersten Moment an In This Moment erinnert, mit Maria Brink, vielleicht Kenny Bennett, In This Moment. Oh. 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 Ich hatte recht, Maleficent, ne? Von der Aussprache her, sorry, da habe ich ein bisschen gestruggelt oder so. Aber das ist immer interessant. Aber das ist immer interessant. Gefällt mir sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Zeit, es erinnert mich wahrscheinlich wirklich an super viele Bands, die so ähnlich klingen oder so, aber es ist cool. Sani, du hast sie mal live erleben dürfen, als Vorband oder als Mainband oder so. Es ist cool. Oh. das ist lustig das ist auch vielleicht das beste beispiel dass eben main band in berlin soweit ich weiß man alles aber ohne management und platte firma das ist krass ja das ist cool ich mag das ist lustig wie viele bands es gibt und von denen ich auch noch nie was gehört habe und mittlerweile zeigt ihr die wir das ist richtig cool wie geht's dir schönen guten abend ich bin Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Killswitch nochmal ganz am Ende Der hat mich gerissen, der Killswitch Hey, ich hab einen Knoten in der Zunge Egal, der Songtitel Maleficent Boah, was ist das für ein Song? Anyway, auf jeden Fall, der fand ich ganz cool Ich find's mittlerweile, wie gesagt, sehr, sehr geil Vielen lieben Dank, Sani, fürs Zeigen Da hab ich mal eine neue Band entdeckt heute Abend Das ist mal auch krass Vielen Dank, Sani, fürs Zeigen